Ja hallo Leute, ich bin gerade unterwegs, im Schnitt 12 Minuten 56, äh 5,6 km übliches Marathon, ich bin nicht klar, ach, ich sag nur, es ist anstrengend, aber es wirkt, ich fühle mich ein paar Meter am Maximum, also ich muss es lassen, 5 km warten auf mich, am 70. Ich sage es, es sind keine 56 km, auch keine 5,6, aber es sind ehrliche, 2,4 km und die Maschine ist eigentlich auf. Es ist so, normalerweise fährt das Ding alleine 5 um Drehungen pro Minute, und ich schaffe es spitzenmäßig auf 57 habe ich es geschafft, und so im Schnitt bin ich auf 30, der Computer sagt 2,6 km, ich bin kaputt. Oh, oh Gott, das ist echt die Hölle.